Das hier zur Miete angebotene neuwertige ca. 727 Quadratmeter Büro befindet sich in Dortmund Innenstadt. Das Objekt ist ab sofort verfügbar. Das Büro verfügt über verlegte Netzwerkkabel, Teppichboden und eine Klimaanlage. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 6,50 Euro pro Quadratmeter. Die Nebenkosten belaufen sich auf einen Quadratmeterpreis von monatlich 3,95 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017